So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Eindeutweiter. Let's Play von AMC2 heute mal zurück auf Stelle-Dreieck V3, mal wieder. Ja, mit der M1-Uline City 12C, mit der Diesel Sound Mod ZF-Getriebe. Aber wir melden uns mal hier schnell an. Äh, das ist 067, fahren wir die Linie R57, 50, oder was ist denn das hier, 01 oder sowas? Ja, das passt aber nicht hier. Warte mal. Weil, ja komm. Abfahrt ist um 9.13 Uhr. Äh, Quatsch. 9.13 Uhr, äh, machen wir 9.11 Uhr draus. Ja, und da geht die wilde Fahrt auch schon los, bisschen fettster auf hier. Und, ja, geile Linie auf jeden Fall so. Mir gefällt das richtig gut hier. Und Abfahrt. So. Wie war das hier? Rechts halt, genau. Ja, fahren wir schon Hannover repaint hier mit diesem Sprint-Hannover-Regelbus. Ähm, ja. Hier, diesen Start-Stop-Müll machen wir mal aus, das brauchen wir nicht. Äh, ja. Genau. Ah, wir sind Dashboard-Einstellen hier. Mal kurz hier, äh, 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 verdeckt ein bisschen den Schalter, aber ist auch nicht weiter so schlimm. Äh, so Abfahrt. Ey, Performance ist echt gut gerade hier. Hab ich gar nicht so in Erinnerung gehabt, tatsächlich. Oh, das ist auch nicht so in Erinnerung gehabt, aber auch hier ist der Start herrlich. So, glaube ich, sogar der einzige Busse, der das hat, oder? Ja, das täuscht mich da. Ja, da was fahren wir schon in Straße runter. Klosterhof ist die nächste Haltestelle. Ja, schlafeinwand abbiegen. Jaja, jaja, jaja. Ja, ne, es ist, äh, halt ein Schiff von Abbiegen, Leute, ey. Oh, das ist auch ne ganz ekelhafte Chor, wie hier, ein schönes Laternenmast da, in dieser Insel, links. Junge, was bremsen die denn hier so? Haben die irgendwie Probleme? Alter. Ja, ein Steilbohr, ein, Junge, äh, Medium, du. Abfahrt. Ah, ich mach mal schnell einen Fanten, der hier, unser, an diesen schönen Kreisen hier. Irgendwie fehlt mir das. Mal fahren, Pampanzik. Oh, zwei, warum haben wir hier keine Ansagen, oder höre ich die nicht durch mein Headset? Ah, ich hab grad Sound, die mich über den Monitor. Genau. So. Ah, Tag, hallo. Hallo. Ja, ich stehe eh denn da vorne. Ja, ich stehe eh denn da vorne. Junge, 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 Junge. So. Aber genau, jetzt geht es jetzt in Kreisel da drin. Oh, Wendeschleife. Sag mal, Wendeschleife, weißt ja. Ist ja kein Kreisverkehr. Krankenhaus an der Gold, was verstand da? Goldpfanne? Gold, Regenpfanne, alles klar. So. Spinnen manchmal ein bisschen die Tür, wenn man drauf drückt. Wolkenvorblinker. Ja, das Update, Update ist ja bald da für den Bus hier. Der hat auch sogar der Morphi-Skript drinne. Äh, das heißt, gehe ich mal stark von außen, hat ein besseres Brennungsverhalten, ein besseres Scheldverhalten nochmal. Äh, ja, schauen wir mal einfach, was es da auf uns zukommt. Wollt's eigentlich nicht mehr aussteigen? Äh, ja. Nö. Mal abfahrt. Aber genau, jetzt geht's ja auf die Sandsstraße. So war das ja gewesen. Genau, da kommt man noch üben die Baustünde dann da. Aber wie gesagt, die Linien fahren wir nicht komplett. Erstens hab ich ja keinen Bock da drauf, als Video das zu machen. und zweitens guckt sich ja keiner eine halbe stunde Linienfahrt an das müssen wir uns ja nicht antun auch läuft schon die Map doch die Performance war echt gut wir haben eine gute 59-57 FPS das ist noch ein grün aber zu 60 ich kann mich nicht beschweren das ist nicht auf jeder Map so ich meine Lano läuft auch ein teilweise gut aber auch nicht immer wenn man durch Lano fährt selber hat man schon ein arge Performance-Probleme so auf 30-27 FPS irgendwie sowas aber hier läuft es gerade echt gut bis auf diese Ruckart ist das klar das können wir noch nicht vermeiden so an der Stelle schnelles Reinhardt das ist noch ein Hebel das ist noch ein Hebel Ja mal gucken morgen oder Donnerstag spätestens Freitag oder Wochenende Kauft nochmal ein schönes Video mit dem MAN, also Prema MAN mit Dresden Mod, ich meine die Mod ist schon ein bisschen älter jetzt Aber gefällt mir auch dann noch gut, fahren wir mal schön den A37 würde ich sagen Map können wir uns ja mal aussuchen, ich mache eine kleine Umfrage wenn ihr das möchtet oder schreibt es gerne mal in die Kommentare Mache ich mal eine Umfrage Lano wäre als Option, Haren wäre als Option denke ich mal vielleicht Städte 3 könnte man ja auch wie gesagt wie wir jetzt gerade machen Eckhards, äh was haben wir noch so zu Hause, Bremen, legendäre Map, Aachen sowieso geil Äh Hamburg, Hamburg könnte man auch mal machen eigentlich Müssen wir mal gucken, ich fahre mal in Abstimmung rein, dann bin ich ja mal gespannt was da Was dabei rauskommt Ich muss morgen mal langsam machen, ich komme die mal relativ erst spät aus der Hälfte stellen Häuschen Ohhhh 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 Krummenap Krummenap können wir auch noch als Option reinmachen, das wäre ja auch ganz geil die fahr ich ja gerade teilweise auch echt sehr oft wieder mal gerade dieser Stadtverkehr das ist halt so geil kann man auch für die sich wissen durch dieses Powertool Pack kann man da zum Beispiel auch Stadtverkehr fahren den man es noch nicht drin hat zum Beispiel die 43 das ist von der Hauptbahnhof nach König Ludwigstraße und so ein Kram oder Stadtgarten König Ludwigstraße ist schon echt sehr geil für die die das nicht wissen ja richtig ja wie gesagt wer sich das Hauptbahnhof anladen möchte aber wer es noch nicht hat oder wie auch immer guck mal bei mir auf dem Kanal im Video da habe ich ein Video von dem Bus auch gemacht über Turbosurf und da habe ich das Ganze auch verliebt da habe ich das Ganze auch verliebt da gibt es auch der Webdisk da könnt ihr euch das dann auch downloaden da war ja schon ein Panzerplattenweg geil ey da war irgendwo die Haltestelle in der Via Testdorf Testdorf wäre ja auch zu einfach gewesen dass man die Haltestelle einfach dann die Bucht rein macht ne ne macht man so oh naja Mahlzeit ja 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 komm geh mal jetzt mal da passt das mal wieder mit diesem kurzen Let's Play wie gesagt wie ihr schon gemerkt habt so alle 6-7 Tage spästens 8 Tage guckt ein Video eigentlich immer ja dieser gibt es Nochmal Pause letztes Jahr gab es ja eine ja die Leute können so alle 6-7 Tage in dem Video rechnen und so wieder mal Leistung starten im Moment oft ganz entspannt Der retarder Ball hat er ordentlich rein, ey. Das merke ich richtig, ey. So, wir rin mit dem Mutti. Na ja, kommst du hier in der Albahnstraße. Weil ich wohl die Linie bin ich echt oft gefahren, welche Städte drei gefahren bin. Oder hier, äh, Kaisertalmarkt, das ist doch auch richtig geil, ey. Das hat auch richtig gefetzt. Jo, bis in der Albahnstraße. Ne, oder doch. Eigentlich schon. Ach, keine Ahnung, was das für eine Straße hier war. Oh, jeder ist frei. Das ist auch so eine richtige Behindertenecke hier eigentlich, ne? So. Manfred! Ich grüße dich schon mal. So, meine Freunde. Wer euch das Video gefallen hat, lasst euch ein Abo da. Daumen doch rum. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss! Tschüss!